hallo ja letztendlich gab es da gerechtigkeit jetzt ist ehrensache auch ich habe meinen nächsten auftrag am übergabepunkt im sarg außerhalb der festung redmann abgeholt man beorderte mich den typen in seinem haus in leger zu töten war nie ist sehr versiert in der zerstörungsschule der magie ich sollte mich also entsprechend vorbereiten außerdem hat er spitz bekommen dass ihn jemand klar ja kommen wir machen das wie die letzten male auch nach diesem ort das ist ja du hast kampf mit den fischen hallo er schießt den mann jetzt ist er tot wir können sich nicht mehr werden warum zeigt er mir überhaupt ein schnippel im bruma an ich soll ja wie nur nicht ja aber vielleicht ist das falsch vielleicht ist er vielleicht ist er nur aus lehrerin vielleicht ist er ein ein reisender er stammt aus lehrerin und aber jetzt in seinem haus in lehrer wien wahrscheinlich wieder so ein translation ja 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 angemerkt dass das hier ganz gerne mal vorkommt aber ich will noch hoch und gucken ob da noch was ich muss jetzt nicht unbedingt die burg durch forsten aber hier so oben mal mal klingeln was kann man ja mal ihrer war mir nur gerade nicht sicher was als ich dann festgestellt habe dass eine leiche ist war es okay es ist auch nur ein teil ach so da kommen die roten tröpken da unten her ja gut denn ja war bestimmt eine frau das ist ein open world game da ist überall immer irgendwas ja das stimmt guck hier ist noch mehr irgendwas und schmuckkiste guck mal das was man ja bekanntermaßen einfach irgendwo liegen das war der schwer super kannst du jetzt nicht schnell reisen auch ich bin immer noch im krank im krank im kampf wie du an der musik unschwer erkennen kannst ach so ich habe in eine etage zu tief gefucht das nix wir müssen uns nun erst mal aus dem kampf entfernen ja wer auch immer fern mal den kampf hier zieht mich irgendwer jesus oder immer dann gehen wir mal nach bruma und gucken was da phase ist weil ja irgendwie ist das ja irgendwie ne das ist irgendwie nix denn hier das ganze dorf ist in aufruhr heute schlachte fest oder war heute ist glückstag also sagt was ihr auf dem herzen hat wer ist mir jetzt der typ hinter der tür würde ich behaupten und sie ist natürlich die frage ist das so clever da jetzt die tür aufzumachen vielleicht eher nein ich gehe ja gleich ob ich wohl vielleicht einfach noch mal einen moment warte und gucke wo er dann ist moment sieben stunden naja warum sind sie in meinem haus und meditieren ich meditiere falls du es noch nicht bemerkt hast ich habe noch gar nichts gemacht mach du blöd arsch ich habe mir nur das schloss angeguckt ja dann geht er durch ja wohl mal im panzenkopf ich habe jetzt gequickloadet ne ja nicht so ganz so klug was ziemlich viel aber wir haben ja automatisch gespeichert ja ich alter jetzt habe ich gerade schon so ne ne ich habe nur falsch gedenkt hat und das passiert ja auch manchmal nicht jetzt hast du Kopfgeld Skyrim scheint ständig in Grenzkonflikte verwickelt zu sein Skyrim da haben sie es nun nicht übersetzt warte mal was für ein super magier der ist schön auf seinen schreibtisch geknallt oder sehr geil noch ein Dolch guck mal jetzt können wir auch nur nach seinen Häuschen suchen irgendwann hat auch keiner gesehen Vorsicht sehr gefährlicher Zauberer pff tot er ist aber sehr sehr schön auf den Schreibtisch gedonnert das hat er liegt auch sehr bequemen also so könnte ich schlafen ja ja doch auch die Beine ein bisschen baumeln lassen und um mach doch die Tür zu dann stellt ihn keiner so so ordentlich sein da geht ja keiner hin die Tür ist ja abgeschossen genau also wollen wir da leer wie nun gucken wo seine Butze ist und dann haben wir einen Schlüssel dafür dann muss aber erstmal nach Lea Wien nicht nach Bravi meine ich der feine Herr ja ich sage es nur ich sehe nur eine Merkung an mhm ach das war aber ein leckerer Schluck Energy Drink nom nom mhm was hat ein leckerer Schluck Energy Drink ja dann trinke ich einen Schluck Pepsi Leite das ist auch ganz schön mhm das war es nicht ha erfrischend ja ne die ist ziemlich warm dann an der Kerze war blöd an der Kerze mhm ich hab so ne Ikea Laterne ach so die ja die da auch mal in so ne Kamera gehalten hast genau ne da hab ich ja zwei ja wupp zack schwuppdiwupp und jetzt ist da ein Wachmann drin mit so ne Axt ja 5 und Axten nicht alle direkt tot richtig halt Stopp das wäre dann nix ne na dafür ist der Schlüssel wieder nicht ne naja was willst du erwarten die Gold die Dietricher haben mehr gekostet sag's nur ja ja da reicht der Schlüssel aber aus oh siehste schwuppdiwupp mal in den Keller guck gucken was hier so los ist ah nix ach hier hätten wir den eigentlich umbringen sollen ja wahrscheinlich naja aber naja naja er war halt im Urlaub konnte keiner was für nö man kann ja auch nicht alles wissen ne die Datenübermittlung damals war ja auch noch nicht so flott wie heute wir hatten höchstens 28 KBS ja da hat er es noch so bii 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 ich vermisse diesen Ton muss ich sagen ja ich hab äh ich hab immer noch den Plan ich weiß hab das bestimmt schon das dritte Mal gesagt jetzt aber ich habe immer noch den festen Plan den Sound auf mein Handy zu machen als äh als Anrufton mhm dass wenn ich angerufen werde in der Bahn oder im Bus oder so mhm fände ich es einfach super lustig wenn so richtig ultra laut weißt du am besten ich stehe ähm kann man irgendwann mal lesen am besten ich stehe und ganz viele Leute sitzen überall um mich rum und dann ballert mein Handy so übelst laut mit diesem Sound los weißt du so richtig in deren Ohren rein ja boah das wär das wär's das wär schon wieder ein gemeldeter Tag ja das stimmt so oben gibt's auch noch Alter was ist das denn für ein Haus du kannst du nicht die Besitzurkunde finden ich wollte gerade sagen wollen wir den nicht einfach umtragen so der ist wohl im Urlaub der kommt wieder der Stoff reicht der Schlüssel auch nicht für nee das ist ein Extraschlüssel mach ich auch immer so ja vielleicht ist das geheim hat doch ein brauner Keich ja war der von Hitler bitte ja schön hier auch dafür reicht das auch nicht ne ja aber es ist ja all gucken wir bei dir auf dem Klo auch da hast du ja auch ein Schlüssel das ist ja auch nicht der Haustürschlüssel ja nee also das macht schon aber er scheint ja nur den einen zu haben ach guck mal Peinchen ja vielleicht hat er den anderen auch die übelsten Mörderpfeile weißt du und dann so ein Kackbogen daneben vielleicht ist das so er hat zwei Haustürschlüssel aber nur einen Schlüssel jeweils für die Türen innerhalb und da er ja im Urlaub ist hat er seinem Nachbarn gesagt Fritz hier pass auf du musst Blumen gießen hier hast du den Schlüssel für draußen das sind die für drin mach gut ja ja so das war ja früher auch schon so ja auch früher mussten Blumen gegossen werden ja wenn man im Urlaub fährt auf Malotze oder was ja oder die Leute die in den Kreuzzug rein die haben ja auch Blumen die gegossen werden wollen ja sehr das ist bekannt naja sie hat immer auch so Matthias worüber reden wir hier eigentlich über Blumen im Prinzip Junge 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 ey das wird auch nicht besser mit uns nee also intelligente Unterhaltung müsste woanders hingehen ja aber ich mir fällt gerade keiner ein kein Deutscher nee nee Deutsche vor allen Dingen nicht guck mal hier ist ein ausgehölter Baumstumpf von Ren von Ren und Stimpy hab ich nie geguckt ehrlich gesagt der Stumpf ist legendär ich habe meinen nächsten Auftrag am Übergabepunkt im ausgehölten Baumstumpf abgeholt weiß ich stehe da vor man beorderte mir ach beorderte mir man beorderte mich ja manchmal gibt es auch noch so halbdeutsch zu einem Lager auf der Genullkuppe zu gehen und dort Havilstein Reifblut zu töten einen wilden Nordbarbaren und Axtakrobaten Axtakrobaten ich weiß dass ich den mal so weit hoch verfolgen musste dass das Spiel fast gecrasht ist das klingt spannend ja das war total toll weil ich dann da oben auch noch überladen war und unglaublich viel Shit auf diesen Kackberg lassen musste das war wirklich super dann machst du wieder Tag ja ich mach Tag ich will nicht nachts so einen scheiß Berg hochklettern frag mich immer wie das halt so in der Schule ist da stehen jetzt halt zwölf Stunden da rum neben dem Pferdearsch ja nicht ansprechend ich hab grad Wartezeit ja ich hab Joghurt im Rucksack genau so dann ach komm ein paar Meter können wir auch hier mit unserem Hottehü überbrücken und wenn du am Berg Fuß bist würde ich sagen machen wir Fast Forward ja ne und dann nächste Folge auch auch können wir auch nächste Folge machen mir ist das egal dann machen wir die Besteigung des Mount Gnoll machen wir in der nächsten ja das können wir wohl machen ja dann ja ich bin ja ja der Bereich wird ja auch noch geladen ich hab auch ehrlich gesagt noch nie herausgefunden ob es irgendwie wirklich ne gewollte Route auf diesen Berg gibt das kann schon sein dass das die gewollte Route ist die du gerade machst ich bin mir da nicht so sehr ganz sicher naja wir finden das raus in der nächsten Folge ja denke ich mal was da oben ist dann bis dann tschüss tschüss